Bahn 3, bereit. Achtung, es erfolgt der Angriffsbefehl. Brandobjekt geradeaus. Wasserentnahmestelle der Bach. Verteiler nach zwei B-Längen. Angriffsdruck legt Zubringleitung. Mit je zwei C-Längen erstes und zweites Rohr vor. So, los geht's. Letzte Gruppe also jetzt für den ersten Teil des Tiroler Landesfeuerwehrleistungsbewerbs vor dem Firecup. Die Bewerbsgruppe aus Bettneu. Hopp, 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 hopp. 15 Sekunden. 25. Jetzt geht's noch mal, alles aufzubilden. 30 Sekunden. 40-94. Nicht schlecht. Das ist toll. Ja. Das ist toll. Das ist toll. Vielen Dank.